In diesem Video geht es um die besten Laptops. Der Qualitätssieger in unserem Laptop-Test geht an den Lenovo 6678. Prozessor Intel Core i5 Prozessor, 8 Threads, 3,8 GHz. Arbeitsspeicher 20 GB DDR4, SSD 256 und 1000 GB HDD Gigabyte, M2. 3D Grafikchip Intel UHD Graphics, beschleunigt alle modernen Spiele. Display mattes 43,9 cm 17,3 Zoll. WXGA 1600 x 900 Pixel, HD-Brightview mit LED-Backlight. Abmessungen und Gewicht 40,2 x 28,1 x 1,99 cm. 2,2 kg. Akku Lithium-Ionen 3600 mAh, 7 Stunden Laufzeit bei normaler Office-Tätigkeit. USB 3.0 ja 3 mal. WLAN Wireless LAN 802 11er eine Webcam ist auch verbaut. Card Reader ja, SD und MMC. Anschlüsse 3 mal USB, HDMI, Card Reader. Sound-Stereo-Lautsprecher. Betriebssystem. Original Microsoft Windows 10 Professional 64-Bits vorinstalliert mit allen Treibern, ohne Werbesoftware oder ähnliches. Microsoft Office 2010 Starter inklusive. Word und Excel 2010, kein Abo nötig, Laufzeit unbegrenzt. Virenscanner und Internetschutz G-Data Internet Security Vollversion, inklusive 1,5 Jahre Updates. Ein E-Book das Fahrt nach Futuras von Gerd Breitenfeld, Kontrast Verlag, ISBN 10. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Acer Aspire 5. Schickes, schlankes Notebook mit eleganten, sandgestrahlten Aluminium-Cover. Seine schmalen Displayränder bieten noch mehr Platz für beeindruckende Bilder. Dank dem Full-HD-Bildschirm erleben sie gestochen scharfe Bilder. Mit der IPS-Technologie erleben sie kräftige Farben und einen stabilen Blickwinkel. Die matte Beschichtung verringert Reflexionen auf dem Display. Anschlüsse 1x HDMI, 1x USB 3.1 Type C, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x Lautsprecher-Kopfhörer-Lineout unterstützt Headsets mit integriertem Mikrofonanschluss. Anwendungsbereiche. Egal ob Surfen, Multimedia oder Casual Gaming, das S-Pi 5 ist für alle Aufgaben gewappnet. Herstellergarantie 2 Jahre. Die Garantiebedingungen finden sie unter weitere technische Informationen. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt. Lieferumfang Acer S-Pi 5, 45 Watt AC Netzteil. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Laptop-Test ist der Lenovo IdeaPad 3. Intel Celeron N4020 Prozessor bis zu 2,8 GHz, 4 MB Intel Cache. Zugriff auf Millionen von Apps im Google Play Store und 12 Monate kostenfrei 100 GB Speicherplatz bei Google One. Full-HD IPS Multi-Touch Display 1920x1080. Akku Li-Ion, 42 Wattstunden, Laufzeit bis zu 10 Stunden Google Web GL. Herstellergarantie 24 Monate. Die Garantiebedingungen finden sie unter weitere technische Informationen. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt. Lieferumfang Lenovo IdeaPad 3 Chromebook, Dunkelblau, Netzteil, Dokumentation. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.